So, willkommen zurück. Für mich neuer Tag, für euch eine neue Folge. Ähm, wo waren wir denn? Ach ja, hab mich ja beim letzten Mal so extrem erschrocken. 36 Tode schon. Okay, aber nichtsdestotrotz einfach mal weiter. So. Brauchte ich die Kugel eigentlich noch? Ja, da oben. Nur noch ein Leben. Dafür hatte ich ihn gerade. Hat er mir gerade drei Leben abgezogen? So, Uri. Brauchst du die Kugel jetzt noch? Oben konnte ich ja, glaube ich, nichts machen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht was. Und hier ist das Ding, das runterkommt. Alter, schon wieder megamäßig erschrocken, ey. Ach, vollgezuckt. Was ist denn das? Ne, ich hatte nur zwei. Schade, dass man alles immer so extrem wiederholen muss. Was man bis zu seinem Tod alles noch gemacht hat. Noch ein Speicherpunkt. So. Warum erschrecke ich mich die ganze Zeit dabei? Ich weiß doch, was passiert. Aber irgendwie weiß ich nicht, was ich da machen soll. Da drüben, von da, kamen wir in das Gebiet. Boy. Ah. Genau, da gehen wir dann gleich rüber. Oh. 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 Komme ich da hin? Oh. Nein. So. Gehen wir mal hier lang. Äh. Wie konnte ich das absetzen? So. Ja, ich komme da hin. Schon mal gut. Die Kugel folgt mir doch sowieso, oder? Das ist nicht sogar das Ding. Ja. Ähm. Ne. Wir gehen jetzt bis dahin. Wir sind ja... ...viel schneller so. So, und jetzt laufe ich einfach mal durch. Nein. Das geht schon mal nicht. Nein. 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 Mann. Mann. Nein. Oh, da kommen ja so viele Dinge. Ich glaube, ich muss hier noch nicht hin. Falsch. Äh. Komm mal mit. Doch da hoch, irgendwie. Was bringt es mir, wenn das... ...wenn der Strahl dagegen fliegt. Okay. Oh. 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 Ich kann auch nicht gegenspringen. Da geht es runter. Hier? Tatsache. Aber wie? Ähm, wie ging das? Ach, ich kann es nicht machen. Toll. Aber wahrscheinlich funktioniert es sowieso nicht. Ja, bin jetzt ein bisschen verwirrt, ne? Da kam ich nicht hoch. Was ist denn das? Ach so, Kartenstöcke habe ich aber schon gefunden. Genau, genau, ja. Ich muss dort hoch. Okay. Niemals, niemals muss ich da landen. Äh, Gott. Da bin ich hochgeklettert. Ach, habe ich ganz vergessen. Ist ja auch noch, äh, los, ne? Dankeschön. Ja, genau da wollte ich hin. Oder auch nicht. Ohohohoho. Ah, ah, naja. Egal, dann sind wir wieder oben. Ähm. Denkt mir auch nix. Nein. 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 Machen wir es ganz vorsichtig. Da war... Geh mal her. Kann ja gar nicht so verkehrt sein. so was zu haben. Warum hängt das? Ja. So, wieder nach oben. Dann versuche ich mal, diese Explosion dort an der einen Stelle. Och, war aber knapp. Dahin. Dahin und noch einer. Dahin. So. Einmal her damit. Kann ich weglegen. So, wo war das? Nicht hier. Hier. Was? Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Gut. Hat uns auch nichts gebracht. Hä? Ich hab doch nicht sehr viel mehr Möglichkeiten. Das sind Tore, die ich nicht... Wo ich nicht durchkomme. Da oben geht's noch weiter. Allerdings... Komm ich da nicht lang. Oh. Was? Was hab ich jetzt gemacht? Ähm. Aussehen muss ich ja in die Richtung. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich nach links muss. Da hinten ist aber auch nichts außer dieses Fragment. Das heißt, ich muss da oben irgendwas machen. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ory. Was muss ich denn hier machen? Sag doch mal. Nein! Ich glaube, das ist die Lösung. Die Kugel da hin packen, damit die Wand den Strahl auffällt und dann über die andere Wand hochklettern. Hmm, hmm, hmm. Ah! Okay, was haben wir da unten? Er strahle im Licht. Ah, schön. Ah! Ori, sieh nur, obwohl unser Licht in diesem Dunst schwach geworden ist, hat es die Dunkelheit vertrieben, die diesen Ort umgab. Der Speicherpunkt dort ist jetzt aber ein bisschen doof, wa? Wenn ich jetzt sterbe, dann falle ich immer runter, oder was? Oh oh. Und ich kann, glaube ich, gar nicht. Nein, ich kann nicht speichern. Okay. Glück gehabt. Zeitlich? Ja, natürlich zeitlich. Tja, was soll ich machen? So langsam war ich da gar nicht, oder? Ah? Äh, ist doch viel zu knapp. Äh, ja, aber hätte ich trotzdem nicht geschafft, oder? Aber ich glaube, ich muss hier runter, kommt es ein. Nein. Weil es so komisch geleuchtet hat. Au. Jetzt bin ich auch gleich tot. Und dann... Bin ich natürlich an der Schüssensstelle. Echt? So knapp? Okay. Ist egal, in welche Richtung ich drehe. Okay, los. Ich glaube, ich versuche durchzurennen. Weil wenn ich sie angreife, dann... ...kriegen sie mich. Hä? Gibt es eine Möglichkeit, schneller zu rennen? Nee, nicht, dass ich es sehen könnte. Oh. 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 Da. Und los. Nein. Na ja, gut, das war's schon. Nochmal hoch. Ich sehe nicht, dass ich schneller laufen könnte. Nein. 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 So knapp? Kann doch nicht sein, oder? Und eine andere Fähigkeit habe ich ja auch noch nicht. Damit ich das schneller schaffen könnte. Ein Sprint oder sowas. Muss durchrennen. Jetzt bin ich weitergekommen und komme trotzdem nicht weiter, mann. Irgendwas, was ich vergesse? Gibt es eine Fähigkeit, um das besser zu machen? Äh, woanders. Achso, mit einem Speicherpunkt. Was ist eigentlich? Das muss ich jetzt versuchen. Oh. Mann! Wenn ich hier einen Speicherpunkt setze und dann einfach sterbe schnell. So, Vitalität verdoppeln. Luftsprint, ja, aber den haben wir ja noch nicht. Er fordert Doppelsprung. Den haben wir noch nicht. Was war hier? Begrößert den Radius und erhöht den Schaden der Stichflamme. Zwei Ziele auf einmal. Ja, ich wollte den Weg gehen. Also gehen wir den auch. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. So, okay. Jetzt habe ich da mein Portal. Dann werde ich mich mal. Einmal. Zweimal. Und so war jetzt nicht der Plan. So war jetzt nicht der Plan. Oh. Ne, ich mache jetzt mal den da oben. Oder? Dann lass mich mal nochmal einmal treffen hier. Das kann zwar nicht die Lösung sein, aber wer weiß. Was? Jetzt. Bin ich nachher auch so lange gebraucht, dass er mich trifft. Ach ne, ich kann ja hier in die Dornen springen. Nein. Ah, die haben aber auch an alles gedacht. 49 Tode. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche irgendwie den Sprint. Ich bin in einem Gebiet, wo ich eigentlich schon den Sprint bräuchte. Ah, okay. Jetzt sind aber überall die Dinger da. Kann doch nur vom Vorteil sein, oder? Gehen wir nochmal oben lang. Mal schauen, ob da irgendwas neues ist. Bei der macht jetzt auch nichts mehr. Ansonsten ist hier eigentlich nichts oben, aber wer weiß. Ne, hier ist nichts. Schade. Ne. Oh. Nicht gesehen. Irgendwo ist jetzt bestimmt noch ein anderer Weg, den ich gehen kann. Freigelegt worden. Da unten waren wir schon überall. Ja, da komme ich nicht weiter. Irgendwo, irgendwo muss was sein. Kann ja nicht sein, dass ich hier so einen knappen Wettlauf machen muss. Da ins Wasser kommen wir ja nicht. Also ich denke, ich weiß es nicht, ob es giftig ist, aber ich denke es. Ja, das dampft schon so. Ich darf jetzt auch nicht sterben, weil sonst bin ich wieder da unten. Was aber nicht schlecht ist. Weil wenn ich merke, dass ich dann wieder da runter muss, dann brauche ich einfach nur sterben. Ja. Ist jetzt nur um zu gucken. Ja, dort konnten wir nichts machen, oder? Hm. Ne, da kommen wir ja gar nicht durch. Oh. Seelenverbindung immer gut. Hier ist auch Wasser, aber da, ja. Ne. Ja, ne. Ja. Ja. Boah. Geisterhöhle Hohlein. So. Was ist denn da? Da. Da. Da kommen wir auch noch nicht hoch. Oh. Geisterhöhle. Okay. Na ja, dann kann ich auch unterwegs diese goldenen Dinger einbauen. So, da unten war ja nur die Karte. Ja, da ist auch nichts weiter. Da oben ist noch ein goldenes. Da ist auch noch ein goldenes, mitten im schwarzen. Ah, hier war man. Okay. Oh. Sorry. So. 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 Vielleicht muss ich auch erstmal die nächsten blauen Kugeln sammeln, damit ich die anderen Tore öffnen kann. Wer weiß. So. So. Hier ist das goldene. Oh. War aber knapp. Gut. Hier ist nix. Aua. Weiter. Am Ende ist das vielleicht alles umsonst, aber man muss es ja versuchen. Da oben ist auch noch so ein Ding. Da brauche ich aber hundertprozentig noch eine andere Fähigkeit. So einen Baum haben wir doch in der Höhle gesehen, oder? Oh. Sag bloß nicht, da gibt es jetzt die neue Fähigkeit. Jetzt darf ich eigentlich auch noch nicht mal sterben. Ach. Ich war nicht bei dem Ding danach. Oh Gott. Na ja, eine ganze Folge für ein bisschen was. Wir haben nur ganz wenig herausgefunden. Jo, dann laufen wir nochmal schnell rüber. Oh. Aber wenn es das jetzt wirklich ist, dann... Das ist scheiße. Wenn es das jetzt wirklich sein sollte. Vielleicht irre ich mich ja auch. Aber ich glaube nicht. Leider glaube ich das nicht. So. Hier runter. Aua. Mir egal. Hab ja gleich wieder eins zurückbekommen. So. Sind wir ja gleich schon wieder da. Oh, mach ich. Oh. Boa. So.